Und hab dann gemerkt so, okay, jetzt ist es schon vier nach vier. Ich bin seit vier Minuten eigentlich mit der nächsten Challenge dran. Genau. Sehr gut. 20 Sekunden noch. Ja. Ich glaub insgesamt haben wir 15 Minuten oder 20 Minuten Training gemacht. Und ich war fertig mit der Welt. Es wird wieder mal delikat. Ich hab nicht geschmunzelt. Ich hab verdammt nochmal nicht geschmunzelt. Ich hab nicht geschmunzelt.